Am ersten Satz. Schauen wir mal. Meinst du, dass ich die Video nicht glaubt? Das wäre schlecht. Endspiel. Seniorenbezirksmeisterschaft. 7. Januar 2018. Bei Kräuterfurt. Mittelfränkische Bezirksmeisterschaft, die U60. Aufschlag Peter Drexler. So Mitte der 60er Jahre schon die Nummer 1 bei den U12-Spielern in Mittelfranken. Und er ist immer noch ganz vorne, wie man sieht. Zwischendurch natürlich mindestens Heil-Bayern-Liga gespielt. Da reicht es jetzt nicht mehr. Aber noch topfit. Auf der anderen Seite Dragon hätte ich beinahe gesagt, weil er sich genauso schreibt wie das englische Wort Drachen, was die Chinesen ja benutzen. Dragon wird wohl richtig ausgesprochen. Also, Dragon im Finale gegen Peter Drexler, der jetzt wieder aufschlägt. Habe ich schon wieder Netzaufschlag gesehen? So schlecht sind meine Augen? Oder vielleicht doch nicht? Wie auch immer. Ich tippe mal auf Anti-Top bei schwarzer Belag. Mit dem er dann offensichtlich aber auch schießt, der große Belag-Spitzenist bin ich nicht. Aber es hört sich schon nach Anti an. Und der erste Satz geht an den U12-Schülerbezirksmeister von, naja, wann wird es gewesen sein, Mitte der 60er Jahre. Und der erste Satz kam so früh zum Tischtennispartner für den Vater. Damals, glaube ich, nach Postes V. Ansbach, wo der Vater sehr, sehr rührig war. Und die ganzen Abteilungsleiter-Geschäfte übernahm uns sicher auch das Training. Beide also von Hausaufschirm für die bayerischen Seniorenmeisterschaften qualifiziert, die auch dieses Jahr in der Ochsenfurt stattfinden. Und unter den alten Herren hat man sich selbst in der Pause immer noch viel, viel mehr zu erzählen als sonst wo. Ganz klar. Also Aufschlag, Peter Dechsler. Bei 1 zu 0 Führung. 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 Komm, jetzt ist er schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.